Ja moin Leute, wir sind's wieder, ich, der Jonny und der Kubula bei einem weiteren Cube World Let's Play. Genau. Und ja, ihr seht schon, wir sind an einem anderen Punkt, als wir vorher waren. Und an alle, die es gerade auf meinem Kanal gucken, die sehen, das ist auch nicht das erste Cube World Let's Play, sondern das vierte, glaube ich. Und falls ihr Bock auf andere Cube World Let's Play mit mir und den Niklas habt, dann solltet ihr mal auf seinem Kanal vorbeischauen, da sind die ersten drei hochgeladen worden. Ich schicke dann den Link in die Beschreibung. Genau, mein Kanal heißt Kubula, die einfach drauf gehen, wenn nichts auch nicht stimmt. Ja, aber ab jetzt laden wir beide auf unseren Kanälen Cube World Let's Plays immer gleich. Genau. Und ja, ich würde sagen, du erzählst nochmal kurz so, was wir jetzt schon mal verändert haben oder was passiert ist. Oh yeah. Ja genau, und zwar, ich schicke mich kurz auf die Bank, mache eine kleine Erzählung. Ja, warte es mal auch einfach. Und zwar haben wir ein bisschen gelevelt im Singleplayer und auch vorher im Multiplayer noch. Das heißt, ich bin Level 3 und Niklas bzw. Kubula ist Level 2. Und dadurch haben wir Skills sozusagen auswählen können. Genau, die man. Wenn man auf X drückt, sieht man das mal hier. Ich zeige dir erstmal meine Skills und dann kannst du dir mal deine zeigen. Also bei mir ist es so, ich habe mich für entweder Feuer- oder Wassermagier, kann man sich hier entscheiden. Ich habe mich für einen Feuermagier entschieden und habe insgesamt vier Skills-Folves bisher und habe drei davon auf diese Fire-Explosion angewendet, die ich jetzt hier unten sozusagen als Fähigkeit habe. Ich kann es mal zeigen. Bam. Sieht schon mal ziemlich nice aus. Ja, damit kann man so Gegner wegwerfen und betäuben. Hat man so eine gewisse Wahrscheinlichkeit. Ist ziemlich nice. Und sonst hat jeder Charakter noch die Möglichkeit, Padmaster zu erlernen, Climbing oder so. Genau, bei mir ist es auch dasselbe. Ich kann halt wählen zwischen Assassine, das ist sozusagen einer, der halt zwei Schwerte hat, und einmal zwischen Ninja. Ich habe mich jetzt erstmal für den Assassinen entschieden und habe da diese erste Attacke, sag ich mal, geskillt. Und da kannst du halt auch auswählen zwischen Padmaster, Climbing und Swimming. Kannst du deine erste Attacke auch mal kurz machen? Ja, doch. Ja, meine. Wow, wow, wow. Hast du sie gesehen? Geil, scheiße. Ja, da bist du voll weg. Genau, meine ist halt so eine Art Sprint, da um an den Gegner ranzukommen und so. Ist eigentlich ziemlich nice, aber konnte ich sie leider noch nicht so richtig testen. Ja, ich würde... Gut, wo sind wir hier? Bei Clos, würde ich sagen. Ja, das Toilettenhaus. Hier kannst du scheißen gehen. Ey, warte mal. Hier kann ich irgendwas... Nee, das sind meine Weapons. Hier steht Scratched Woodstep oder so. Ich glaube, da kann man, wenn man sich irgendwo sowas sammelt, so irgendwelche komischen Blöcke, Woodcubes, kann ich mir meine Zauberschäbe verbessern. Ja, Ironcubes. Die bei mir brauche ich. Genau, war geil. Eigentlich müsste ich Ironcubes haben. Fört mir gerade mal an. Nee, ich habe Ironnuggets. Ich habe auch Woodcubes. Zwei Stück, wenn ich noch ein paar... Ich habe... Ah, geil. Warte. Ich habe Ironcubes. Ich habe drei Stück. Ah, wie hast du denn die bekommen? Weil ich habe Ironnuggets. Muss man die irgendwie umtauschen oder was? Irgendwie so... Ich weiß nicht, wie ich die bekommen habe. Nee, aber was ich dir noch sagen wollte, ich glaube, ich habe noch irgendeine Waffe für dich. Am besten wäre so Deutsche. So wie ich jetzt habe. Ja, warte. Nee, doch nicht. Ich habe nur eine für einen Warrior. Ja, okay, Leute. Oh, was ist das? Alter, guck mal. Warte mal, guck mal hier. Ich habe sowas in meinem Skill-Menü. Das ist die Silk-Shoulder-Armor. Guck mal hier auf meiner Schulter. Jetzt habe ich da so rote Teile. Das sind wirklich so Schulterpanzer oder so. Boah, geil. Du hast wenigstens schon mal eine Rüstung. Ich nicht. Also ich glaube, ich werde jetzt auch mal alleine ein bisschen vorzocken, damit ich ja dem Johnny mir halbwegs hinterher hinken kann. Ah, ich bin doch auch ein Level. Weil das Praktische ist bei Cube World. Du kannst Singleplayer spielen und die Gegenstände, die du im Singleplayer kriegst, hast du auch noch im Online-Mode. Ja, das ist ziemlich nice. Und ja, wir haben jetzt auf der Karte zwei Sachen bekommen, wo wir mal hingehen. Gehen sollten. Einmal Kurlau Mountain, einmal Etc. Ich würde sagen, wir gehen als erstes zu Kurlau Mountains und ja. Ja, genau. Würde ich auch mal sagen, das ist Richtung da. Richtung hier irgendwo. Richtung da. So, ja genau. Nach da müssen wir gehen. Ich folge dir einfach mal ganz spontan. Ich meine, der Johnny ist auch schon Level 3. Der hat einfach mal frech vorgezockt, muss ich da mal sagen. Ja, und zwar mit einem Kumpel, dem ich auch Cube World und mit dem wir jetzt gezockt haben. Der Lars kennt ihr ja vielleicht von unserem Kanal. Bei ihm gibt es nur mit kleinen Schwierigkeiten. Der kann nicht mit umspielen, weil dieses Rendern, bei dem er richtig lange braucht, irgendwie auch seinem Laptop. Ja, okay. Das ist ziemlich schade. Aber ich denke mal, dann werden wir wahrscheinlich zu zweit weiter Cube World zocken. Eventuell, wenn es beim Lars dann irgendwann mal klappt, wird er mitzocken. Und ja, der Johnny ist schon Level 3. Ich bin gerade mal Level 2. Bei mir dauert es auch noch ziemlich, weil ich letztens Level 2 gekommen bin, wo wir zusammengezockt haben. Ja, aber ich muss dir mal echt sagen, ich habe gemerkt, als ich alleine gezockte, ich bin schon krass auf dich angewiesen. Weil wenn mir mal so Leute hinterherlaufen, ich bin ja Magier, eher Fernkämpfer, dann wird es ja schon krass. Alter, ich wurde letztens von diesen Büffeln, siehst du? Ja, ja. Von denen wurde ich angegriffen. Die sind richtig krass. Boah, da sind aber zwei Stück sogar. Oha. Oha, da gehe ich drei. Boah, nee, dann... Ja, drei. Die klettern dann noch irgendwo. Nee, nee, dann will ich da nicht hingehen. Nee, die sind richtig krass. Ja, was auch bestimmt schillig sein muss, wenn man das Spiel einfach mal so zu fünft oder so zockt, weil dann kannst du dich ja wirklich... Also, du kannst ja alles killen. Bist ja so überpowered. Guck dir das mal an. Was haben wir hier? Ein Weizenfeld. Ach, da wollte ich noch sagen, ich habe irgendwas, was habe ich mir gesammelt. Warte, ich muss mal ganz kurz zu meinem Inventar gehen. Ich laufe schon ein Stück. Genau, Pineapples habe ich mir gesammelt. Und davon habe ich mir so am Feuer, am Lagerfeuer, kann man sich dann bei solchen Betten, ne, da sind ja manchmal so Lagerfeuer mit dabei, da kann man sich dann so Sachen craften, zum Beispiel Suppen. Ich habe mir so eine Pineapple-Suit oder so gemacht. Die wieder, äh, stellen ein paar Leben wieder her. Soll ich die mal ein bisschen geben? Ja, war cool. Auf jeden Fall, woher hast du denn diese Pineapple-Suppe da? Oh fuck. Wolltest du mich angreifen? Nee. Ich überlege gerade, hier. Ja nice, warte. Immer ein paar. Ja, ich bin auf so ein Feld gegangen in Tirodara City, glaube ich auch. Okay. Und ja, dann waren da so ein Pineapple-Feld, ne, haben sich da einfach Pineapples aufguckt. Okay. Die kannst du dir auch unten auf Kuh ziehen. Also, ne, weißt du, da kann man die hinziehen und dann kann man Kuh drücken und dann kann man dann schnell... Okay. Boah, feiert der hier voll gegen den Baum. Ey, da von... Ah, das Holz! Ey, kannst du mir das geben? Das brauch ich für meinen Zauberstiebel. Äh, das ist aber Woodlock, normales, ne? Ja. Das brauchst du? Ja, 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 das brauch ich für meinen Zauberstiebel. Ja, okay, warte, 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 warte. Ach, stopp, Woodlock. Äh. Ich glaub, das kann man jetzt doch machen. Gibt's schön. Ja, geil, danke. Äh. Sehr schön. Warte, ich muss auch mal kurz hier was ändern bei mir, damit ich deine Pie-Apples... Ach, jetzt hab ich die genommen. Ach, ne, ja, egal. Ich hab genügend. Ich hab mein ganzes Inventar voller, äh, hier Pie-Apples gekürzt und gemacht. Woher hast du die Pie-Apples bekommen überhaupt? Jaja, man war einfach... Ich war in einer anderen, zufallsgenerierten Welt. Ach so, ja, stimmt. Und da war ich ja auch in Terodara City, die so anders aussah, und da war halt so ein Pie-Apple-Plantage. Äh. Und da konnte man einfach rumlaufen und diese aufheben. Ja, okay, das hört sich auch schon mal extrem nice. Ich glaub, da werd ich auch eventuell sogar mit euch mal offline fortzocken. Also, da können wir ja mal gucken, ob wir ab und zu mal ein kurzes alleine Let's Play machen, wo wir mal kurz beide offline fortzocken, aber da gucken wir halt einfach mal. Ey, wir laufen in eine falsche Richtung. Ja, ich lauf dir mal hinterher. Ja, wir müssen hier hinter diesen Berg so, warte, ich weiß jetzt was. Ey, da hinten ist ein Typ. Da hinten, warte. Aber der ist Destiny. Warte, ich würd dann gleich mal die Büsche killen, weil dann kriegst du hier deine... ...Wood-Dinger. Ja, genau. Also, es sind wirklich nur diese Wood-Stacks, nicht das, was ich brauch, aber eventuell kann ich daraus die Teile machen, die ich brauche. Hab ich die Hoffnung. Guck mal, hier ist dieser Typ. Ich hab letztlich einen freundlich gesinnten... Ähm, ich weiß nicht, was das war, gesehen. Ich glaub, so eine Art Bogenschütze. Aber der hat so Frisbees geworfen. Okay. Ich weiß nicht, ob das sowas ist wie Rouge oder so, oder halt so ein Bogenschütze, nur halt, dass man sich da auch bei den Skills entscheiden konnte für Bogenschütze und halt diesen Frisbee-Werfer. Keine Ahnung, ich glaub, das ist... Also, entweder wird dazu ein Magier sein oder halt so ein Ding, so ein Bogenschütze. Also Magier glaub ich nicht. Ich glaub eher so ein Bogenschütze-Special. Ja, glaub ich auch, so, weil ich glaub nicht, dass jetzt hier beim Rouge, das... Ja, der ist ja eigentlich ausgelegt aus entweder, die hat Zweihandwaffen oder halt so Ninja. Ja. Von daher. Was ist denn die Spezialattacke beim Ninja? Äh, beim Ninja, das hab ich noch gar nicht nachgeholt, aber ich glaub, das ist eigentlich die gleiche. Also, bis jetzt hab ich da noch nicht viel Unterschied dran gesehen. Wo müssen wir denn jetzt genau hin? Ah. Hier, folge mir. Einfach da hin, wo ich laufe. Wow, das ist ja mal ein... Holy shit, gib dir mal den Berg, ey. Der hier. Der Berg. Wow. Der ist ja mal krank. Ey, da ist ne... Da oben ist ne Dungeon. Sollen wir die Dungeon? Alter, wo ist denn hier ne Dungeon? Siehst du die? Nee, ich weiß gar nicht. Warte, ich lauf da mal hin. Okay, ich... Voll gut. Ach, da. Ja, lass mal zur Dungeon. Also, das muss ich sagen... Ah, die ist nicht groß, die ist nicht groß. Da ist nur eine Fledermaus. Und mehr ist da nicht. Also, da muss ich wirklich sagen, das gefällt mir extrem an dem Spiel, der Map-Generator. Weil, wenn man sich den einfach mal anguckt, das ist ja wirklich Hammer. Also... Ja, das ist... Minecraft ist der nächste... Ich hab dir so ein Iron-Ding in so einer Dungeon gefunden. Guck mal, was hast du bekommen? Iron-Nuggets. Ja, die Nuggets hab ich auch. Ich bin aber... Also, ich würd gern mal wissen, was man damit machen kann. Ich hab auch schon ein paar Blöcke, aber ich weiß nicht, woher ich die bekommen habe. Ja, weil ich brauch auch Iron-Bars, aber deswegen kein... Ey, guck mal hier. Ich bin der Kleiner der... Kannst du dir die Bäume auch kaputt machen? Nee, nee. So, ich dachte schon. Das wär ja cool. So, äh... Wo müssen wir jetzt genau hin? Äh, noch immer weiter... Oh, shit. Oh, 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 da hab ich fast Selbstmord begangen. Mein Leben hatte keinen Sinn mehr. Oder... Kannst du eine Pineapple suchen? Ja, Mann. Das stimmt. Obwohl, ich hab noch genug. Von daher passt das eigentlich noch. Tja. Wir sollten gleich mit diesen Curlin Mountain oder was das da scheinen soll sein. Ich bin mal... Ich glaub, das ist so eine Art, wie vom Spiel vorgeben, Grand Canyon oder so ein Scheiß. Weil man sieht da... What the fuck, Alter. Boah, siehst du diesen feinen Baum da hin? Guck dir einfach mal. Wie geil ist das denn? Alter, scheiß jemanden. Also, da muss man wirklich mal sagen, die Biome und der Map Generator ist ja einfach mal mega... Magic. Shit. Alter. Da bekommst du schon richtig Schiss, Alter. Boah, fette Kacke. Lass mal da oben. Das ist, glaub ich, eine Dungeon. Ja, die hab ich auch da oben, diese Höhle. Sagen wir mal eben... Ey, lass mal die Wolf wieder bashen, okay? Ich brauch noch ein bisschen XP. Das sind drei Stück. Schaffen wir? Die kommen schon an. Ja, ja, die schaffen wir. Du bist eh so überpowered, von daher... Ja, levelt dann. Ah, hier schon. Oh, shit. Ja, aber ich hab nicht allzu viel... Leben, ne? ...Skills, wie du siehst. Ah, fuck, die laufen mir alle hinterher, komm. Ich, ich loff die immer zu dir und du bash die. Ja, okay, aber ich... Boah, shit. Problem ist halt selber, dass ich gleich tot bin. Aber ich weiß nicht. Wenn mir auch... Ey, am liebsten würde ich das fett so eine Pineapple-Suppe trinken. Kannst. Lol, ich hab... Wurde grad geheilt, weißt du warum? Ne, also von mir nicht. Ach, scheiße, warte, ich bin irgendwo... ...gespawnt. Ja, ich bin jetzt auch tot. Was für ne Kacke. Äh, lol. Ja, die Wölfe sind schon irgendwie krass hier. Ja, so, die, glaub ich, kriegen wir nicht. Die waren auch rot, also. Ja, alle bei rot greifen die automatisch. Ah, komm mal zu mir, hier sind drei Goblins oder so. Wacht, ich bin unterwegs, ich... X. Komm mal, zu mir, da wo ich bin. Ich versteck mich so lange vor dem. Okay, wacht, ich lauf mal. Ich glaub, da ist auch ein Rouge dabei, vielleicht hat er was für dich. Ja, es wär geil, wenn ich jetzt mal so ein paar Deutsche bekomme, die ein bisschen mehr Damage machen, weil... Ja, ich bräuchte auch einen Zauberstab, der ein bisschen mehr zockt. Da hab ich jetzt leider noch nicht so gute. So, wacht, ich müsste jetzt gleich bei dir sein. Ja, ich komm hier ein bisschen nach oben. Ah. Hier nach oben musst du. Nach oben? Oh. Ja, den Berg hier nach oben. Achso, okay. Da bist du... Ne, bist du nicht. Ja, also, ich bin gleich... Falsch rum, falsch rum, andere Seite. Andersrum, 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 weiter drehen. Wie jetzt hier hoch, oder? Dreh dich, dreh dich. Ja, nein. Guck doch auf der Map und lauf mal da so zu meiner Richtung. Warte mal. Ja, genau so, so. Okay. Achso, hier geht's noch so lang, ich dachte... Ah, okay. Genau. Warte. So, hier dürfst du eigentlich irgendwo... Ey, falsche Richtung. Hä, nee, warte, bist du unten oder bist du jetzt oben? Boah, warte mal, ich komm mal zu dir. Ich bin... Oh, ich bin jetzt gerade auf diesem Berg. Ja, du bist falsch. Warte. Ich bin nämlich unten, warte, ich komm mal zu dir. Ah, schon riesig diese Welt hier, ne? Also soll ich wieder runterkommen? Nee, warte, ich komm zu dir hoch jetzt. Okay, 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 ich... Bist du ganz oben? So, jetzt bin ich... Ah, da bist du. Hi. Boah, wo bist du? Wo bist du? Ach, okay. Bäh. Okay, jetzt folgen wir mal, vielleicht sind sie dahin noch. Ja, okay, sollen wir jetzt hier runterspringen und uns mal fetzt selbst töten? Ja, selbst Marsch. Ja, ist echt so. So, ich lauf dir einfach mal. Wow, wow, wow. Da würde ich jetzt nicht runterspringen. Ja, wer nichts wagt, wer nichts gewinnt. Ey, du kannst ja klettern, um den Fallschaden abzufangen. Ah, schön. Du kannst mitten an der... Hahaha. Der hat es nicht drauf. Scheiße, ich war dann... Okay, ich bin unten. Okay, ich bin unten. Okay.